Herzlich Willkommen bei Conqueror's Blade. Wir versuchen die Talfestung zu erobern. Ich und ich versuche mich mit der Muskete. Mit der eine zusammengecraftet, die gar nicht so schlecht geworden ist, fand ich. Hat hier ein bisschen Stumpf, Schaden, Stärke und Geschick recht gut gerollt. Nur noch ein bisschen Zähigkeit. Ist eigentlich ganz gut, sag ich mal. Könnte ordentlich austeilen. Dann habe ich mir noch einen neuen Skill drin gemacht. So ein Rückwärtsrollsalto Dingens. Lass ja dann noch ein paar Creme Füße fallen. Gucken ob uns das ein bisschen den Arsch rettet. Aber ich denke immer nicht dran seit ich den drin habe. Er ist jetzt seit 3-4 Matches drin. Den Move mal ausprobieren. Weil vorher wusste ich nicht genau was ich da reinnehmen sollte. Das könnte ein wenigstens den Arsch retten. Tja ansonsten goldene Einheiten jede Menge wahrscheinlich. Geben uns mega in die Schnauze. Davon habe ich leider noch nichts cool ausgebaut. Angefangen ein bisschen die Kolosse zu skillen. Aber das ist darauf noch. Die habe ich gerade wie gesagt. Das ist angefangen. Jetzt zieht sich noch ein paar Stunden. Der nächste Belagerungsturm rückt vor. Oh hier ist's. Ah krieg ich mir denn noch. Ach die ist schon kaputt? Doch. Unsere Ramme rückt vor. So sag ich mal. Ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu tief. Also irgendwo dazwischen. Ist das nicht mal besser? Nee. Hochziehen. Doch den Berg. Zwischenkreuz. Mai bin ich unfähig. Ein bisschen über den Berg. Jetzt auch. Ja ja. Ja ja. Er ist genauso dumm wie ich. Hahaha. Los. Das hilft's einfach nicht. Mann. Ja ja. War klar. Schönes Battle hier. Not gegen Elend. Hahaha. Komm schon. Nein. Der Turm. Tut mir leid Jungs. Der Turm kaputt gemacht. Wie gehts. Gut Türmchen. Gut Türmchen. Gut Türmchen. So. Nehmen wir hier erstmal Angriff Trupp. Das ist sie jetzt. Macht schon! Nehmt alle Feste zusammen! Ach Scheiße, das ist ja hier ja nicht Kommandantendecken. Ich drück immer das Falsche dafür. Wie müssen die sich belegen können, die Fähigkeiten? Mal ist es da, der 2, mal ist es der 3. Das ist schwierig. Aha, voll Idiot. Fieser Triebock, oh kacke. Wer macht denn so'n Scheiß? Aha. Du hast Einheiten gegen meine Bobs verloren. Ah, da könnt ihr auch draufschießen, aber das macht immer so wenig Sinn mit der Muskete, die macht quasi gar nichts an. Denk ich halt immer nicht dran. Attacke. Kann ich noch mal irgendwo von hinten? Hast du dich irgendwo mit dein Scheiß? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, du hast auch mehr. und braunleute stehen noch da, also passt schon sehr zuversichtlich Supply ist auch gleich unser wir sind ja voll, wir können direkt zu B durch eigentlich oh nicht alleine, ne, dann guck ich mit euch was soll gucken was hier kommt, alles cool wir laufen halt auch zum Supply, so wie jeder Idiot die meisten müssen wahrscheinlich heilen oder was, da oben ist schon was nervt und ist auch rein und alle meine Bobs getroffen wer verletzt der Sieg ist unser Spiel jetzt müssen wir lieber das Supply mit den Kackbogen schützen zu machen was ist das? voll mieser Move, das mache ich auch gelegentlich nicht alles zu chillt, ganz langsam wir müssen nicht die Front machen wir sind dafür nicht geeignet ja, nicht aufhalten lassen es gibt zu schönes hier hat einer die teure Rüstung da hat einer ein Geschoss irgendwo aufgedrückt der hat aber jetzt keine Schwerbe geworfen Jungs sehr gut gut ei, unnötig nicht wenn sie Kugel zu früh getrüft kacke was muss denn hier nur einer? was wird euch los? hat einer der Heido, cool jetzt schon mal Mutti holen jetzt vielleicht ein Triebock ne doch nicht aber ich habe auch schon überlegt mir die Rüstung zu bauen aber ich habe halt nie so Wert auf diese komische Wachen gelegt weil die eigentlich recht teuer sind die Baupläne dafür aber irgendwann da spart er jetzt dann sind einfach mal drauf in die Ecke und in die Fieber da sind gins das ist jetzt wie sich mal gar nicht Kavalerie da kommen sie auch von hinten scheiße, das war so ein Spiel jetzt wir sparen da durch jetzt wir sparen da durch uah jetzt so ruhig das ist doch jetzt du Tafenblut für Gott macht den nieder wie kann man lassen jajajajaj das kam in die Fresse da selber da hier für Gott und alle 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 reden l alle 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 auch die Oh, scheiße. Oh ja, schöner Triebock, Leute. Hier oben auch schnell. Ja gut, Kaff, bisschen zur Seite. Das hier aus, ist hier was? Hi. Hä, wo ist er eben? So sieht's. Ja, rennen wir lieber weg. Echter versucht. Warte, bisschen mit einem. Der ist schneller. Oh, so hält der was aus. Oh, Tengi. Oh, da kommt mein Triebock. Hier hat's gesehen. Na gut. Hab immer noch Pech mit so'n Scheiß. Ich brauch leider Artillerie-Kids. Oh, ha. Sieht nicht so aus. Könnt ihr meine Artillerie mitnehmen? Was hab ich denn dabei? Das gar nicht. Oh nö, meine Goldene Balliste will ich dafür nicht aufbauen. Das dauert sowieso noch, bis wir uns formiert haben und da reingehen. Dann hab ich mir noch ganz schnell eine Artillerie. Guck mal da. Äh, was hab ich da Schönes? Was können wir da kaufen? Sowas hier ist doch immer ganz lustig. Kommt denn das hier her? Kommt da einer auf der Mauer, hm? Oh, man kann das Tor zumachen? Oder war das grad? Ich dachte, das geht zu. Was ist das? Das ist okay. Bleibt zusammen! Verteilt euch! Ah, nee, nee, nee. Das ist ein Suizid. Wenn da keiner mitkommt. Verteilt euch! Verteilt euch! Welcher? Die könnte man mal versuchen. Ah, hat nicht erreicht. In Bewegung! Ah, der war ein bisschen besser. Haltet die Stellung! Verteilt euch! Verschützt den Kommandant! Deine Formation annehmen! Hochhaha! Parallel macht ihnen! Leute, kommt hier jemand mit? Oha, zur Seite, zur Seite. Da ist ein bisschen spät. Oh, die werden uns machen? Eieiei Ich muss mal schnell meine Skills einsetzen Wissen wie es sieht gut aus? Kommt ihr her Leben! Doch nicht Eieiei Schiebebieten Kolosse Pferdchen Ja, der war gut Bogenschützer Macht die anderen da hinten weg Oh, die haben überlebt, die es in Omi kippt Schade Tja, haben wir nur noch Fusiliere-dächtig Und halt die ganz kleinen, sinnlosen Schiebebox Oh, die haben überlebt, die es in Omi kippt Das heißt, wir halten uns hier zurück Und bohren die Artillerie auf Gucken, dass uns hier keiner von hinten angreift Wer hat mir recht, wenn ihr euch ungefähr so hinstellt Dann versuche ich mal irgendjemanden zu triebe Irgendwie wer ist mit dem Ach, ich wollte ja schon tummeln Hab die Triebe Oh, alter ist hier eine Bauernarmee Mach das nicht Echt jetzt Echt jetzt Tja, da hinten sind halt jetzt Ein paar goldene Bogenschütze Die werden uns jetzt Langsam aber sicher dahin greifen Ja, mal heilen Ist der Rest zu? Haben wir nichts mehr? Die haben wir noch so wenig wie wir In 270 Einheiten haben wir noch knapp 50 Wir haben noch 2 Minuten Zeit Echt, da braucht er eine goldene Art oder wie? Oh, schade Die ist rosa, glaube ich nun Die hätte ich gern kaputt gemacht Nimm jetzt noch eine Kanone Die würde ich auch mal gerne versuchen Schade, aber nicht die Kanone Oh, daneben Hier ist die Also meine Box Guckt schneller Oh, oh, oh Was war denn das fies? Tja, das wird nix, Leute Mach die weg! Warum dauert das so lange? Mh, mal wird mich nicht Mh, mal wird mich nicht Dann wird jetzt gleich noch Push kommen Ja, die Granate aber gut Ah, hat sich erledigt Halt dich zurück Wurde ich nicht noch mehr futtern Wurde ich nicht noch mehr futtern Ich weiß nicht Ich weiß nicht, dass irgendwer noch ankommt Ach, da oben sind so Zeichels Oh, ich kann nicht so hochwerfen Ist ja ein Ärgernis Ist ja ein Ärgernis Ah, ich nicht Na gut Er ist halt den Mund gegen alles Das ist doch so los Der sich da rumdreht Naja, komm Naja, war leider nicht so erfolgreich Aber ein paar Kills haben wir gemacht Auch wenn es Großteils Bauern waren Ich glaub 20 oder so Ja Ja Oh, aber wenigstens Ist ja nicht der größte Idiot Oh, dritter Nice Hätte ich halt nicht mit gerechnet Oh, war aber ganz lustig Bisschen was von Eichmann-Tribo gefressen 200 Kills Fleißig Das war bestimmt grad der Hammertugt hier Der hat mich grad noch zum Schluss eingegriffen Na gut, dann Ach ne, da wär ja hier Strom Dann war's das für die Folge Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder Tschüss Bis zum Schluss Dus Ja, das war's das für die Folge